Hier sehen Sie bereits das Ergebnis. Jedem dieser Bilder wurde ein anderer Effekt zugewiesen. So geht's. Doppelklicken Sie die Grafik, um die Bildtools einzublenden, und klicken Sie auf Bildeffekte. Zeigen Sie auf eine der vielen Kategorien, um die jeweilige Effektliste zu öffnen. Für eine Vorschau zeigen Sie auf einen Effekt. Zum Zuweisen klicken Sie ihn an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017